Okay, hier sind Gegner. Aufpassen, da kommt gleich ein Panzer. Warte, warte, vor uns ist ein Panzer. Okay, ich fahr zurück. Der Panzer ist wichtig, so nicht. Ich krieg Schaden. Schlammbeffer, der vom Schieß zu brennen. Ah, hier ist ein Flachenvertyp. Wo ist er denn? Ah, zurück, fahr zurück, fahr zurück. Noch einen. Wir fahrens. Oh, Schatz, ich bin raus und das Haus ist ein Feuer. Ja. Ich bin mal kurz auf dem anderen Test. Nee. Okay. Okay. Ähm. Ich wurde vergast. Hörst du mich? Ähm. Ja. Deine Läuche liegt hier, hoffe ich. 5, 6, Eier. Leute. Wieso bin ich euch nochmal nachgejoint? Das weiß ich nicht. Selbstmord. Ich hab deinen Killer gerecht. Darf ich mal? Äh, okay. Weißt du, ich messer grad einen. Laura, den deutschen Panzer hat mich nicht. Was ich grad nicht verstehe, ich messer grad einen, sein Kollege steht direkt neben mir und dann drehe ich mich um, messer den noch. Ja, ignoriere, dass ich deinen Kumpel grad um... Ah, geht doch. So wollt ich das haben. Warum nicht gleich so? Wir haben nur die Karte hier. Wir müssen dich schon aufleveln, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. 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 Da war ein Panzer, ich bin tot. Oh, oh. Oh, da war ein Panzer. Ich bin tot. Ich dachte so, was hat mich denn so hart so hart erwischt? Ein Panzer. Ja, ja. Der hat mich direkt erwischt, dass ich hoch über die Balustrade bin. ja kurz abgelenkt okay die leiche bewegt sich noch dass die kam auf mich zu die leiche scheiße das auch nämlich auch die ist so die treppe weiter gekullert und ich dachte oh gott greift sie mich jetzt an das ist how it is how it is how it is so schnell dass man das kaum sieht ein pferd ich tue das pferd ja das pferd ist tot du monster nein ha 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 alles klar komm ich lass mal wie viele kanaten und feld aussieht ok GANATEN HALAUS Z3 da ha 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 Drei kanaten äh muni ne ist es tot echt ja bist du denn stolz auf dich du hast auch keine geworfen das war ne heilungsgranate ach so ja ich hab ne heilungsgranate ha ich hab dein wenig weg kaputt gemacht ja selber greif zu man guck mal Zauberei aber wir willst schauen wir kommen ich schau für einziger eins komm boom 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 ich glaub den helm kaputt ach er hat geschossen er hat geschossen wie unfähig die sind wir wollen ein luftschiff schaffen wir es nicht ah er ist schon kaputt alter guck's dir an ja also also ich will ich will also ich finde das Luftschiff hat geschossen ha 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 ich sehe dich da hinten laufen das Luftschiff stört langsam so ab ne du hast so viel Zeit und trotzdem stirbst du ha ha aber wieso kann er eigentlich hier schießen ist doch ist hier nicht ne Decke ne aber ich kann also nicht lösen glaube ich krass guck mal komm jetzt auf C oder davor auf die Schrappe booo krass ne hast du das hier ok man muss sagen die leute haben auch einen typen weniger als wir ne deshalb verkackt guck mal wie ich hier hocke ganz unerfällig äh du warst schon das von links ein Sniper da immer hockt ja ja alles halb so wild der hockt ja immer noch ich hab's mir schuld ich sag's dir noch aber ich glaub ja egal ist vorbei die ist ok null ähm wie hast du's eben gemacht ähm ja ja das ist das ist alles Ich muss da ein Zeichen setzen. Ein Mann weniger. Zwei Mann weniger. Drei Mann weniger. Zwei Mann weniger. Und Tod. Schaut gern auf Nix und mir, was es dir gibt. Ja! Schaufel for the win Weißt du, ich hätte mit dem Gewehr umbringen können, aber ich dachte mir, nein, das warst du mit der Schaufel Wenn schon töten, dann richtig Entschuldigung, ich muss gerade das Wasser heute abziehen, das ist das Richtige Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Scheiße, noch 2 HP Ach du Scheiße, noch 3 HP Bis zum nächsten Mal.